Hallo, wir stellen uns jetzt erst mal vor, ich bin Kamila. Ich bin Rebecca, Hugo und Al-Mara. Wie ist die Klappe? Hey, wie ist das? So, also wir möchten was erzählen. Also ich möchte, dass jeder seine Hobbys so machen, wie er es will. Also so zum Beispiel wie ich. Und dass jeder seine Blumeinfahrt macht. Und dass jeder die Klappe tragen kann, wie er möchte. Ja.